Bevor das Video jetzt losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis zu meinem Partner Aoware. Auf der Seite könnt ihr Rocket League Keys, Items und Chests kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutschein-Code AnyArt bekommt ihr auf euren Einkauf nochmal satte 3% Rabatt. Der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn gerne ab. Heyo Leute, herzlich willkommen zu Rocket League. Alla, grad ein bisschen Chaos, ja. Ich merk das. Ja, 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 Moment, ich hab das voll im Griff, aber 3 gegen 3 hab ich jetzt ewig nicht mehr. Ich dachte, den hätte doch. Falls ihr euch fragt, warum es heute so harmonisch ist, Basti, ne, Janik ist nicht da. Basti ist da. Es ist grad alles ein bisschen, wir spielen Ranked, Leute. Und jetzt hoffentlich richtig. Also mit Janik hätten wir aber jetzt noch keinen gegenwollt. Hä, warum heißen die alle Ju? Das ist verwirrt. Wie heißen die alle Ju? Einer muss zurückkommen. Ja, ich zerstöre einen. Bin im Tor. Ja, ich mach so ein bisschen Torhüter erstmal und komm dann nach vorne. Ja, Moment, der Ball kommt jetzt. Du dann? Ich auch. Nein! Hast du noch? Hab ich. Ich geh über den Flügel damit. Doch nicht. Nee, kannst du noch was machen, sonst geht der jetzt durch. Ja, kann ich. Oh, den schlecht aus. Okay. Ja, ja, machen wir noch. Erstmal, erst mal reinkommen, so ein bisschen. Warum heißen die jetzt noch nicht alle Ju? Die haben nur das Clan-Take, also zwei von denen. Ja, zwei von denen. Achso, die beiden heißen die. Achso, die beiden heißen die. Komm, du fährst und spiel mir den auf links zu. Das wäre mega. Ja. Ja. Boah, alter. Ja, passt mega. Der ist zu weit. Nein, ist er nicht. Schönes Kling. Einmal nach vorne spielst du mir. Hab keinen Boost, aber hab ihn. So, halt mal vorne gespielt. Meiner. Hier? Ja, perfekt, aber ich hab. Nur den. Ah, schade ey, schade. Ich konnte nur rückwärts schießen. Okay. Komm ich nicht ran, der ist weit weg. Der kommt. Schön, ich bin in der Mitte. Wer ehrt den Ball gerade, er entscheidet. Der kommt zu weit. Geht drauf. Machen sie nicht schlecht. Ich geh nach hinten dann. Oh, der kommt gut. Wenn der den nicht trifft. Hast du aber nochmal, oder? Schön. Oh nein. Nein. Habe ich anders gedacht, dass er abgeprallt wird. Oh nee. Habe ich nochmal vielleicht? Ich bin in der Mitte. Ja, der kommt vielleicht nochmal so ein bisschen. Ich bin tot. Alter. Ja, nice. Ist aber keiner da, glaube ich. Selbst wenn ich in die Mitte spielen würde, oder? Ah, doch. Ich wär halt. Wusstest du nicht, dass du mitgefahren bist? Ich bin schnell vorgefahren. Oh, ganz gefährlich. Oh, der kam zu schnell dabei für mich. Ja, jetzt haben wir sie da ein bisschen drin. Ja, noch Zeit. Hast du? Habe ich nochmal? Der ist drin. Ah! Oh. Ah. Jetzt du. Schön. Jawohl. Habe ich? Habe ich. Okay. Ja. Nein. Oh. Oh. Fuck. Ist keiner von euch da, ne? Dann spiel ich ihn nur hoch. Weil ich war der, glaube ich, letzter Mann gerade. Ja, ja. Auf was den Ball kommt? Irgendwohin? Hat er abgewehrt. Okay. Hast du, Basti? Schön. Ich bin im Zorn. Habe ich. Ah, macht er gut. Der ist ganz mies. Habe ich. Sehr gut. Oh, das war... Ah, ist gut, habe ich. Ja. Ich habe einfach. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich bin gut. Okay, und weg. Ja, Basti. Okay, jetzt nach vorne. Ja, nice. Schön. Oh, ich bin gerammt. Den hätte ich gern für den Dopp aufgeben. Noch einmal? Nee. Nee. Er hat mich hier in der Ecke. Ich bin immer noch mit ihm hier in Kontakt. Oh nein, 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 nein. Anpassen. Müsst ihr beide regeln. Aber keiner ist da. Ja. Oh, gut. Rückzieher. Nochmal verruzieren. Ja, aber alles vorne. Kannst du nochmal? Ja, bekomme ich vielleicht nochmal. Ja, ich hatte ihn in die richtige Richtung. Ich kann nur Leute zerstören. Ja. Ja. Ja, der Mann. Das waren so wie viele gute Chancen. Ja, ich bin aber hinten. Ich gehe direkt. Oh, vielleicht. Wir müssen jetzt langsam. Nein. Oh, wow. Ist es bei dir, Dom? Bravo. Als ob er drin ist. Oh, Meno, ey. Die Chancen waren echt da. Aber gut, es sah nicht so schlecht aus. Vielleicht bekommen wir es noch irgendwie hin. Mit so jetzt einem schönen Anschlusstor auf rechts. Come on. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt noch, ah, du. Ja, schon noch zwei. Come on. Ja, wie willst du da? Ist auch schon wieder einer oben. Wer ist da von euch? Ich. Oh, hier vorne. Da ist niemand jetzt. Ja. Okay. Ja, wenig Zeit. Aber schaffen wir vielleicht noch. Heieiei. Okay, jetzt ein schöner Anstoß. Ah, ich muss. Nee, okay, auf links. Auf links. Ich fahre. Ich finde es schwer, weil der andere diagonal kommt. Ja, Basti. Oh, nein. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh. Boah, Alter. Da muss einer hin. Habe ich, ja. Ich mache. Okay. Da, du, come on. Ja, Trink. Nee, als ob das wieder so ein Ding ist hier. Da kommt doch noch mal. Nee. Eine Sekunde. Wow. Wenn du den Anstoß hoch machst. Ja, einer von euch muss ihn hoch machen. Irgendwie. Also am besten einfach drauf fahren, ohne eine Rolle zu machen, damit er möglichst hoch geht. Ja, vor der springen. Mach du das, Dalu. Ich weiche aus und gehe nach hinten. Dom fährt hinterher. Ah, nicht schlecht. Der ist hoch. Aber jetzt. Da muss was passieren jetzt. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ah, schade. Nicht hoch genug. Oh, ich wollte den nochmal richtig reinböllern, ey. Aber war ein geiles Spiel. Oh, schade. Okay. Jetzt aber. Jetzt holen wir uns hier einen Sieg wieder. Yo. Er schießt direkt. Ja, ich bin dem Zor. Basti hat den Boost. Ich hab nur geflopft. Nice. Hat er gut gespielt? Hab ich aber nochmal. Es sind beide oben gewesen. Das war wild. Ja, ja. Ich komm nochmal ran. Der ist jetzt vorne, da kommt einer hoch auch. Oh, nein. Ja. Schön. Ja, ist gut. Ich gehe da drauf. Gehe ich. Okay, mach. Jo, ist noch eins. Ja. Mach rein. Ja. Ja. Ja, schön. Oh, easy. Basti, halt dich zurück, ne? Ja, ich reich's nicht. Ich hole gerade so lange. 1-0. Oh, wie. Ich weiß, wie das letzte Mal war. Okay, ich bin rechts. Basti macht. Oh, Basti war aber nicht erst am Ball. Alles gut, hab ich. Als ob der so schnell oben ist. Also, ja, klar ist er schnell oben. Aber ich dachte, ich schaff das nur irgendwie. Ja, Mist. Okay, ich versuche ihn liegen zu lassen. Irgendwie für Basti dann. Ja, nicht so schlecht. Da. Oh, perfekt. Nein, schön gemacht. Super. Ah, ist ja gut. Ja, das ist richtig nice. Oh, komplett ausgespielt. Ausgespielt. Die Abwehr, ja. Okay, dann fahre ich nur links. Ich bleib links. Ja, auf, links. Schönes Ding. Gut. Ah, macht er gut, aber der ist noch heiß. Was da, du? Weit. Schnapp den. Ja, schön. Der schießt direkt. Hab ich. Ich auch. Oh, lol. Sorry, wenn du noch überkommst. Nochmal hoch. Boah. Hab ich. Kommt noch, oder? Nein. Oh, Mist. Oh, Mist. Aber der? Nee. Ist er immer noch heiß? Basti, ich bin hinten zur Absicht herum. Jetzt ist es gutes Letzter. Ja, ich hab gebrocht, ja. Nein. Ich habe ihn nicht gut wegbekommen können, leider. Wow. Na, war blöd. Schön. Boah. Äh? Leute. Cool boost. Nein. Äh. Ah, gut. Sorry. Ich greif da mal kurz ein. Oh, kein boost oder sonst war. Ja. Fahrt, bist alleine. Okay. Cool. Da waren sie alle vorne auf einmal. Hei, hei, hei. Ja. Immer wieder die Führung nach dem Ausgleich. Äh. Jetzt muss man es irgendwie halten. Aber noch so lange zu spielen. Der geht hoch. Ja. Oh Gott. Ja, alles gut. Braucht du einen Boost, sorry. Hast du, ne? Okay. Ich bin oben. Okay, ja. Hör. Oh. Das war's. Alles gut. Ich wollte ihn halt wirklich flach ablegen, weil alle gesprungen sind. Einfach ihn aufs Boden legen. Waren halt alle anderen in der Luft. Der spielt ihn durch. Ja. Jawoll. Ja, perfekt. Das ist Weltklasse. Ja, ja. 4-2. Das ist wieder schon mal gut aus. Der eine hat einen 36er-Pin. Der ist ja richtig am Arsch der Welt. Oh, der fließt direkt. Weißte, der ist nur, der ist nicht besser. Hab ich? Ja, ist egal. Hauptsache, weg. Meiner. Ja. Zu dir. Oh, etwas zu hoch. Ich werde gerammt, leider. Ich versuch's auch gar nicht. Oh, nein. Leg ihn mal weg, so seine. Das ist noch mal heiß. Alles. Sprengen scheiße, ne? Oh, gut. Alter, die Latte hab ich heute schon 80 Mal gedrückt. Ja, aha. Okay, so lange kein Gegenteuer kommt, ist immer alles super. Ich geh mal hinten und mit dem Boost ab. Nein, ich bin wieder die Latte. Ja, ich bin auch outplayed. Du bist letzter Spieler, Dom. Alles gut. Nein. Oh, der kommt. Ja, wow. Da konnte ich nichts machen. Ich war zurückfahren. War irgendwie klar, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, da konnte man nichts machen. Keine Chance, voll auf den Ball zu fahren. Bremsen oder so. Alles weg. Der ist direkt. Ich geh nach hinten ins Tor. Ich bin tot. Jetzt bin ich im Tor. Boah. Ja, ey, kannst du gerade drauf fahren? Oh shit, was machst du da? Äh, ich, ja, also, ich konnte nichts anderes machen, außer das dann. Danke. Oh. Hey. Ich würde nach vorne kommen. Okay, was auf, ich hab keinen. Ich, ich vers- Ich hab einfach wieder in die Ecke geschlagen. Ich hab keinen Boost, aber noch nicht. Down. Ich bin andere Seite. Ich hab aber keinen Boost. Der schießt. Hab ich. Basti, Janik. Äh, Basti, wieso, Janik? Vermittst du den Typen so sehr? Ja. Süß. Okay, hab ich nochmal. Ah, war nicht schlecht. Ich hatte ja den Schuss auch. Wow. Boah, richtig. Alter. Fass auf, ey, nee. So schnell konnte ich nicht hoch. Ja, der kam dir sofort entgegen, ey. Und dann hier. Zack. Okay, ich bin links. Ja. Gut. Oh. Leider nur so. Aber alles gut. Ja. Deine nochmal? Ah, war schwer zu bekommen. Hab ich auch nicht. Aber ist noch gut. Nee, schwer auf der Schräge. Hab ich. Lass die. Okay. Ja, Mitte. Ah. Hab ich. Oh. Ja, nur einmal noch hoch. Oh. Hab ich nochmal? Alter. Ja, mach. Ah, er ist da. Okay. Nein. Oh. Okay, ich fahr nach rechts vielleicht. Hei, hei, hei. Ja, schön. Ja, hei. Schade. Da ist ja auch noch der Keeper. Basti? Ihr seid beide vorne. Es ist keiner. Ja, ich war noch vorne. Nee, nee, ich war hinten. Halbwegs. Nein, nein, nein. Der geht nochmal runter. Schön, wichtig. Ganz schlecht. Hat er Gott sei Dank nicht getroffen. Okay. Da ist er schon, Leute. Einer ist tot. Ja, Moment. Es sind alle da. Einer ist tot. Also, ja. Die anderen beiden sind dann quasi. Nein! Ich krieg keinen Boost. Ich krieg immer noch keinen Boost. Wenn er da jetzt dran kommt, vor mir ist er drin. Ja. Ich hab gedacht, ich kann da den Ball nehmen. Und dann hast du nochmal gespielt. Ja, ich hab dich noch gesehen. Ja. Hei, 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 hei. Dann ist er nicht gekommen. Aber gut. Ich hab ihn abgehen, dann hätte ich weggelassen. Ja, weil es war mir selber nicht so bewusst, wie ich ihn da bekomme und ob und so. Ist blöd gelaufen, aber dann ist halt so. Beim nächsten Mal wird's besser. Ne? Ja. Bis dann, Martin. Tschüss. 그러니까,би wir… Ja. Wir schauen. Ja. Ich hilf. Ich pote, Sai. Ja. Ja. Wie? Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.